Hallo und herzlich willkommen zu meinem Silvester-Dinner. Leider fehlen die Gäste und es gibt nur Kuchen. Ich habe diesen Tisch aus Pistons gebaut und festgestellt, dass man eigentlich gar nicht so viel da draufstellen kann, außer Kuchen. Andere Fressalien wie Kepze kann man ja leider nicht hinstellen. Ihr dürft es euch jetzt als reichgedeckte Tafel vorstellen, an der ihr gerne Platz nehmen dürft. Und ich stecke schon mal die Musik in den Schallplattenspieler. Oh, da ist sogar noch einer drin. Jetzt mache ich es kaputt. Auf den Plattenspieler draufhauen war keine so gute Idee. So, nochmal. Jetzt aber. Und rechtzeitig geht die Sonne unter. Habe ich das nicht gut getimt? Ähm, das war Zufall, aber so sollte es sein. Denn ich möchte mich mit euch zu Silvester, zum Silvesterabend, ein paar Raketen schießen, die ich gerade bei Minecraft das erste Mal zusammengebastelt habe. Also ich kenne mich damit noch nicht so aus, aber ich habe es nachgelesen und ein bisschen was ausprobiert. Ich hoffe, dass das schöne Raketen werden. Ähm, ich möchte aber warten, bis es ganz dunkel ist. Und dann probieren wir die mal aus. Und weil Silvester ist und Neujahr und man sich dann ja auch viel Glück wünscht, habe ich uns ein Glücksschwein gefangen. Das soll uns, äh, mir und euch Glück bringen. Das werden wir dann gleich noch eine Runde reiten. Und die einzigen Gäste, die es hier gibt, sind Schafe. Schön, aber wenigstens etwas. Ihr dürft dann auch gleich eine Rakete starten. Dann willst du sie lieber essen. Raketenfutter. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Silvesterabend, ähm, bekommt irgendwas Leckeres zu essen und könnt ganz viele schöne Raketenknallerböller abschießen. Ich werde das jetzt, ähm, nur hier in Minecraft machen. Ich habe eher einen gemütlichen Abend geplant mit Filme gucken, Chips essen, Süßigkeiten futtern und, ähm, dann einfach so ein bisschen Feuerwerk schauen. So, das Schaf macht sich über den Kuchen her. Sehr schön. Und jetzt ist es dunkel und wir starten mal die erste Rakete. Oh, das war gelb. Nächste Rakete. Guck mal, können wir jetzt ins Dunkel gehen. Und lila. Gucken, ob ich mit hochfliegen kann. Was habe ich hier für eine? Türkis. Man kommt der Rakete kaum hinterher. Oh, das war doch auch schön. Rot und noch eine und jetzt machen wir zwei hintereinander. Orange und lila. Das ist das ungefährlichste Silvesterfeuer, was ich je erlebt habe. Grün und... Nochmal grün und blau und jetzt, äh, das müsste die besondere Rakete sein. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das habe ich richtig zusammengebaut. Dann müsste das nämlich jetzt... ...ein pinker Creeper-Kopf sein, den man fast nicht gesehen hat. Verdammt. Moment. Weil so schnell bin ich nicht da oben, dass ich den sehen kann aus der Entfernung. Dann müssen wir gut zurückgehen. Ah, da war er. Der pinke Creeper-Kopf. Ja, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Grutscht gut rein. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr in aller Frische wieder. Ihr guckt meine Videos weiterhin und wir schnappen uns jetzt noch ein Schwein und reiten das. Ich brauche nur gerade noch eine Karotte. Karottenangel. So, es ist auch schon ganz ungeduldig. Und ich sage jetzt, dass... Ja, komm hier, komm hier. Rennst schon auf mich los. Hm? Sehr gut. Das bringt bestimmt Glück. Einmal das Schwein um den Tisch herum reiten. Ich führe das jetzt als Minecrafts Tradition ein. Ja. Habt einen schönen Silvesterabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen guten Rutsch ins Jahr 2013.